Wussten Sie, dass die meisten Wirbelsäulenprobleme eine gemeinsame Ursache haben? Und zwar eine zu schwach ausgeprägte, autochtone Rückenmuskulatur. Das ist die tiefliegende Lenden- und Halswirbelsäulenmuskulatur, die sich unter den großen Rückenmuskeln versteckt. Ist diese zu schwach, kann das zu Problemen führen. Bandscheibenvorfälle, Kopfschmerzen, Verspannungen und vieles mehr. Mit herkömmlichen Fitnessgeräten oder Übungen lässt sich diese tiefliegende Rückenmuskulatur nicht gezielt isoliert trainieren. Das PowerSpine-Konzept erreicht diese Muskeln mit speziellen Trainingsgeräten. Eines für den Lenden und eines für den Hals- und Nackenbereich. Beim Training wird die oberflächliche Muskulatur ausgeschaltet und die tiefliegende Rückenmuskulatur gezielt gestärkt. Pro Gerät trainieren Sie nur zwei bis drei Minuten. So erledigen Sie Ihr Training in kürzester Zeit. Ihr persönlicher Therapeut erstellt Ihren Trainingsplan und begleitet Sie auch bei jedem Training. In wenigen Wochen haben Sie Ihr Ziel erreicht. Dann reicht bereits ein PowerSpine-Training pro Monat, um die Stärke der tiefen Muskulatur zu erhalten. Das PowerSpine-Konzept wurde in Zusammenarbeit mit Ärzten und Wissenschaftlern entwickelt und wird sowohl in Deutschland als auch weltweit eingesetzt. Das PowerSpine-Konzept wird in Zusammenarbeit mit Ärzten und Wissenschaftlern entwickelt. Das PowerSpine-Konzept wird in Zusammenarbeit mit Ärzten und Wissenschaftlern entwickelt. Vielen Dank.